Hier sehen Sie, wie die Kugelschreiberkamera einen Text abfilmt. Das ist nun das Originalbild der Kamera. Man kann Texte und Bilder sehr gut erkennen. Es wurde bei normalem Tageslicht gefilmt und ein herkömmlicher Ausdruck mit größtenteils recht kleiner Schrift verwendet. Links sehen Sie nun den Stift, rechts die Aufnahme des Stiftes. Andere Anwendungsbeispiele sind der Stifthalter oder die Hemdtasche.